Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Duftliebe Tits. Ich bin die Nicole und ich bin deine unabhängige Sensi-Beraterin. Heute, wie ihr seht, immer wenn dieses Bild erscheint, dann heißt es, es kommt ein neues Produkt. Es wird etwas Neues gelauncht und zwar am Ostermontag, den 5. April zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Also in der Regel 20 Uhr, so war es bisher auf jeden Fall. Ja, ich bitte dich darum, wirklich, wirklich ultra schnell zu sein. Am besten schon kurz vor 8 Uhr zu sein und zu warten, bis die Warteschleife losgeht. Denn es kommt wieder ein Produkt, das sehr schnell ausverkauft sein wird. Da bin ich mir zu 150% sicher. Und ja, lass dir am besten heute noch deinen persönlichen Party-Link erstellen und sammle 90 Tage lang für tolle Prämien und Produkte. Jo, ich sage immer, lieber einen Party-Link haben und die 300 Euro nicht vollbekommen, also 295 Euro, die man dafür braucht, um Prämien zu bekommen, als keinen Party-Link zu haben und sich hinterher zu ärgern. Habe ich jetzt leider schon oft genug festgestellt. Denn wenn die Sensi-Sucht mal beginnt, dann ist da irgendwie kein Halden mehr. Also das ist die Erfahrung, die ich besonders im letzten Jahr gemacht habe. Ja, du kannst mit Freunden und Familie und allen, die du mit Sensi ansteckst, auf jeden Fall über den Party-Link bestellen lassen. Und dann geht das eigentlich ratzfatz, dass der schnell voll ist. Da haben wir nochmal die ganzen Gastgeberprämien. Da könnt ihr ja dann das Video stoppen und das genauer anschauen. Und dann fange ich jetzt auch schon gleich mal an mit dem tollen Produkt, welches kommt. Ich habe es im Februar in der USA gesehen. Ja, wir Berater und auch ihr Kunden, ich weiß es, wir luschern ab und an mal in die USA und schauen, was es da so Tolles gibt. Und ich habe im Februar diese Duftlampe des Monats gesehen und habe gesagt, ich muss diese Duftlampe haben. Und habe dann auch gleich unserer Ländermanagerin gesagt, hey, hier, haben will. Da haben sich dann gleich noch mehrere Berater angemeldet dafür und gesagt, ja, die wollen wir auf jeden Fall haben. Und ja, sie sagt ja immer nichts. Sie sagt halt, ja, das nehme ich mit auf. Und dann schauen wir da mal. Aber so wie es aussieht, war es schon geplant, dass dieses wunderschöne Stück in Deutschland gelauncht wird. Und ja, jetzt sieht man erst mal noch gar nichts. Man sieht hier diese Duftlampe, die so einen leichten Rosa-Effekt hat. Und dann sieht man hier hinten drei Hülleneinsätze, wie man auch immer das nennen möchte. Ich gehe mal aufs nächste Bild. Und da seht ihr diese Duftlampe, die hat außenrum so einen leichten Glanz. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch einen Schimmer hat. Das kommt auf den Bildern leider nicht rüber. Aber sie ist auf jeden Fall in rosa gehalten. Aber ich hasse ja rosa. Aber das ist vollkommen egal. Ich finde, es geht eher so in dieses Apricot-Farbene, schon fast ein bisschen mit rein. Aber die Farbe spielt bei dieser Lampe überhaupt keine Rolle. Denn bei dieser Lampe, ja, die hat ganz andere Qualitäten. Und zwar kann man diese Einsätze in die Lampe reinsetzen. Und wenn man die dann einschaltet, dann hat man ganz schöne filigrane Bilder. Ja, auf der Lampe. Wir haben hier sozusagen vier Lampen in einer. Weil einmal können wir die Lampe ohne die Einsätze verwenden. Und zum anderen können wir die Lampe auch verwenden, ja, jeden Tag kann es ja anders ausschauen sozusagen. Und das immer so im Viertagesturnus. Und ich finde auch diese Bilder total schön. Also da ist ein schöner Schmetterling drauf. Und dann ist hier eine Mohnblume. Und die ist so, so toll. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf, dass die kommt. Und hoffe natürlich, dass ich sie auch bekommen werde. Schauen wir mal auf die nächste. Und hier haben wir so eine richtig schöne Blumenwiese mit Blumen, die halt nur im unteren Bereich sozusagen wachsen. Und oben steht dann Love grows here. Also Liebe wächst hier und ja, auch wieder wunderschön filigran und schön blumig. Ist auf jeden Fall eine tolle Duftlampe für Blumenliebhaber. Aber jetzt kommt der Grund, warum ich sie unbedingt haben will. Und zwar sind es diese Pusteblumen. Ich stehe total auf Pusteblumen. Ich habe auch droben in der Küche eine schöne Pusteblumenlampe in Biskuitporzellan. Also hat jetzt nichts mit Sensi zu tun, aber ich liebe Pusteblumen einfach. Die vermitteln für mich so ein bisschen das Gefühl von Leichtigkeit und frei sein. Und es ist einfach schön. Es ist einfach wunderschön, auch wenn es eine Plage ist. Hier bei uns im Garten, so in der Sommerzeit. Aber ich finde sie einfach ganz, ganz toll. Ja, das ist die Lampe. Und jetzt habe ich hier noch ein paar einzelne Bilder. Hier seht ihr jetzt nochmal ein einzelnes Bild. Ohne Hintergrund. Und da sieht man jetzt auch hier den Schmetterling. Und hier sind auch nochmal Schmetterlinge. Und die ist einfach so toll. Love grows here haben wir nochmal. Und dann hier nochmal meine Lieblinge, die Pusteblumen. Und jetzt haben wir noch ein Bild im Dunkeln. Also so würde sie aussehen, wenn es dann dunkel ist und sehr eingeschaltet ist. Die Duftlampe heißt Cast Pink. Und ich finde, es kommt hier überhaupt gar nicht so rüber. Aber wie gesagt, die Farbe spielt für mich hier überhaupt gar keine Rolle. Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall. Seid wirklich schnell. Lasst euch am besten heute noch einen Party-Link erstellen. und dann am Montag kurz vor 20 Uhr nix wie auf die Website. Und schauen, dass er dieses wunderschöne Stück ergattert. Es gibt auch noch andere Produkte, aber die werde ich euch dann gleich in einem anderen Video noch vorstellen. Und bis dahin sage ich jetzt mal Tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in meinem nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.